I might be mindless, I might be mindless, but I ain't lifeless, but I ain't lifeless. I might be mindless, I might be mindless, but I ain't lifeless, but I ain't lifeless. Ja, guten Morgen. Wir sind in Mong Qua. Immer noch in Laos. Unsere letzten Tage in Laos. Und demnächst springen wir dann über die Grenze nach Vietnam. Wir haben uns heute schon mal vietnamesische Dong besorgt. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr Millionäre, sondern Multimillionäre. 100 Euro sind hier irgendwie 4 Millionen Dong oder so was. Oder 200 Euro, ich weiß nicht mehr. Es geht auf jeden Fall extrem steil aufwärts mit unserer monetenhaften Ansammlung an Geld. Und ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Horror-Stories gehört, was die Busfahrt angeht. Und wir freuen uns auch schon tierisch drauf. Ich habe in Google schon die Strecke angeschaut. Ich werde wieder kotzen. Bei der Strecke kein Problem. Schaffe ich. Schaffe ich nicht. Dann, was ist noch passiert? Nichts. Wir sind hier und ruhen uns aus. Wir relaxen total. Wir haben eine schöne Unterkunft. Wir nutzen die letzten Tage. Wir nutzen die letzten Tage zum Rumgammeln. Wir haben jetzt nach langer Zeit noch einen Film geguckt. Ich habe mal was anderes gemacht. Aus der Reiseplanung. Das tut auch mal gut. Und wir warten, bis die Kokosnuss fertig wird. Kannst du dir mal zeigen? Ja. Wenn die Kokosnuss fertig ist, dann schnappen wir die uns. Dann fällt die nämlich da runter. Und dann holen wir uns die. Trinken wir die aus. Da unten sind noch mehr. Die wachsen hier überall. Da sind auch noch ein paar. Mal gucken, was heute noch so passiert. Ich wollte eigentlich mal zum Friseur. zu einem laotischen Friseur. Und wir zeigen euch noch eine ganz kleine, niedrige Stadt. Und die Stadt schauen wir uns nochmal an. Vielleicht machen wir das nochmal zusammen. Genau. Und wir packen euch schon mal schön warm ein. Heute ist nämlich ein kühler. Obwohl, heute geht es wieder. Gestern war noch kälter. Und dann gehen wir gleich mal ein bisschen durch die Stadt hier. Komm mit. Wir sitzen hier vor der Polizeistation. Und jeden Abend läuft hier feinste Propaganda. Morgens auch. Und danach immer schönste laotische Musik. Wir warten ja eigentlich auf unser Essen. Heute gibt es wieder ein ganz feines Nudelsuppe und ganz tollen Reis. Witzigerweise gibt es hier eigentlich nur einen Laden, in dem man essen kann. Und das ist dieser hier. Frühstück, Mittag, Abendessen. Die anderen sind eher so anders. Aber wir finden bestimmt noch was Schönes zum Gucken. Die Nudelsuppe haben wir hier ein bisschen würziger gemacht. Lecker, lecker. Und dann habe ich das hier gefunden. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist innen drin grau. Und es stinkt wie alte Füße von der Oma. Aber so richtig derbe. Ich traue mich auch nicht, das Ding nochmal aufzumachen, um euch zu zeigen, wie das drin aussieht. Weil so bestialisch stinkt das. Schmeckt es denn? Gut. Propaganda läuft übrigens immer noch. Ich traue mich auch nicht, ich traue mich auch nicht. Ich traue mich auch nicht, ich traue mich auch nicht. Ich traue mich auch nicht, ich traue mich auch nicht.